hallo zusammen willkommen zu meinem neuesten video schön dass ihr eingeschaltet habt ich bin der techpirat aus dem wunderschönen düsseldorf und heute geht es um ein balkonkraftwerk der anderen art warum der anderen art ich habe es auf dem campingplatz installiert und ich hatte ja schon ein video dazu gemacht wie ich die anlage im prinzip euch gezeigt habe also wie die module wie die installation stattgefunden hat und 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 habe dann in dem video gesagt dass ich damit umziehe und zwar auf dem campingplatz warum und was jetzt oder wie das hier tatsächlich aussieht also wie der aufbau der anlage ist das zeige ich euch nach dem intro ja da ist sie die schöne anlage und zwar beide module 410 watt hatte ich ja genauestens berichtet die wenn ihr die genauen daten haben wollt also alle details zu diesen modulen und zum wechselrichter dann schaut euch gerne das andere video an wenn ich daran denke verlinke ich euch das um und ansonsten findet ihr das bestimmt in der video beschreibung und dann könnt ihr dann tatsächlich sehen was für module wurden verbaut das sind also glas glas module wieso sind die interessant oder wichtig oder auch nicht und warum die jetzt hier so überdimensioniert sind denn wir wissen ja zweimal 410 watt sind 800 20 und erlaubt sind ja nur 600 watt und das ist tatsächlich hier auch eingehalten worden denn ich habe hier einen wechselrichter dran angeschlossen mit 600 watt auch da bekommt ihr dann die details in dem anderen video genauestens mitgeteilt ja für die konstruktion habe ich hier so einschlag hülsen genommen die sind relativ lang also 15 20 zentimeter und da muss man die schön einschlagen und dann diese hölzer 7 x 7 zentimeter um die ordentlich zu befestigen habe ich dann hier so winkel überholt ganz einfach mit spack schrauben edelstahl damit die nicht rossen und so habe ich dann die konstruktion gemacht hier das habe ich noch aufgeschraubt damit das nicht nach vorne raus rutscht weil ich ja die ein bisschen schräg gestellt habe damit das quasi ein bisschen mehr neigung hat dann habe ich hier ganz simpel mit zwei selbst fräsenden stahlschrauben habe ich dann in das blech die auch noch mal mit so einem winkel beschäftigt befestigt damit das hier wunderbar dann auch entsprechend hält ja so kommt dann die konstruktion zustande die das kabel von den panelen reicht ganz genau aus um die dann hier ganz locker an dem wechselrichter zu befestigen also von daher wunderbar möglichkeit schnell wieder abbaubar das ja am campingplatz immer richtig schnell auf und abbaubar also einfach nur die hülsen kann man ja wieder nach oben rausholen also denke ich keine schlechte sache wenn jetzt die hinderung und geräusche ein wenig vermisst dann ist das daran dass der ton ausgefallen ist und ich das video jetzt hier ein bisschen nach betonen muss ich hoffe das stört nicht aber gibt noch ein paar wichtige punkte die ich euch gerne beschreiben möchte nämlich ganz genau warum ich überhaupt diese ecke da gewählt habe es ist ja so dass ein campingplatz in der regel nicht allzu viel quadratmeter fläche hat wenn man jetzt nicht größer ist wir haben also da hier tatsächlich nur so 100 quadratmeter auf die wir dann den vorzelt den wohnwagen packen müssen und dann ist das tatsächlich die beste ecke zu dem zeitpunkt der aufnahme war frühmorgens und wir sieht die sonne kommt so langsam rüber habe da die best optimiert ist der platz angepasste ecke das problem ist halt dass wir so ein bisschen verschattung haben durchs eigene vorzelt durch bäume lieber da haben die jetzt momentan zwar noch platzlos sind aber die werden natürlich mehr sein wir haben da die südausrichtung und wo ich gerade sehe ich habe das video nicht morgens sondern abends aufgenommen das heißt wir sind jetzt tatsächlich erst in den abendstunden und nehmen die letzte sonne mit so um war also ich hätte gerne die da oben auf dem vorzelt gepackt das problem ist dann hätte ich im sommer viel zu viel verschafft und durch die bäume gehabt also auch nicht optimal dadurch dachte ich ist die effektivität dann auch nicht besser als wenn ich sie in die ecke passen die idee die da so ein bisschen als faunersatz zu nehmen fand ich auch gar nicht so uncharmannt zumal die konstruktion leicht und schnell gemacht wird ihr müsst allerdings darauf achten wenn ihr nicht eine konstruktion macht wie wir jetzt hier wie ich hier über die ecke gemacht habt dann müsst ihr schon sehr solide füße da nutzen denn da sind ja glasmodule die eine hohe windlast haben sicherlich und durch diese bauaufbau über die ecke werden die natürlich hier im 90 grad winkel abgestützt das heißt also da kann nicht viel passieren stehen die allerdings frei dann sind hier schon hohe windlasten die darauf wirken und wie dann das ganze machen können wie ihr seht ich habe ja sogar noch mal einen winkel in der mitte um die beiden gegeneinander zu versteifen und darauf solltet ihr natürlich ein bisschen achten denn das ist schon wichtig ja auch in den konstruktionen auf wind und wenn ihr es auf dem dach habt auch schneelast und so wie ein bisschen zu berücksichtigen weil die module halt tatsächlich ja undurchlässig sind was sehr gut ja wir haben ja hier diese glas module das ist auch hoffentlich hilfreich für diese position weil so bekommen wir von allen seiten noch mal ein bisschen effektivität denn diese glas module wirken sowohl von hinten als auch von vorne haben dadurch irgendwie ein paar prozent mehr manche sprechen von 20 prozent mehr aber zu zweifeln an effektivität ja das kommt sicherlich am hintergrund an ansonsten habe ich hier das ganz normal auf dem campingplatz über die schoko steckdose verbunden weil wir hier ja eine sehr hohe stromkosten wir haben angesagt bekommen stromkosten von 1 euro 20 die wurden gott sei dank mittlerweile auf 69 cent reduziert was aber immer noch heftig ist und ich bin mit dem jetzt tatsächlich noch über den finalen anschluss der anlage am verhandeln ich werde wahrscheinlich eine inselösung machen um dann dem nicht mehr aussetzen zu müssen das ist schon sehr obskur der campingplatz besitzer wird keinerlei aktuell also quasi änderungen einfließen lassen der besteht noch auf die alten vde norm und das ist sehr nervig also wirklich deswegen werde ich hier ein akku rein machen das ist also schon geklärt für mich und da verfolgt einfach den kanal dann werdet ihr dann erfahren wie ich das hier weiter löse ja wir sind hier ganz normal mit einem zehn meter langen kabel ins vorzelt rein und das ist dann auch schon alles gewesen sehr unkompliziert wenn es so bleiben könnte bleibt es aber nicht naja wollt ihr wissen wie das hier weiter geht mit meinem solar balkon kraftwerk am campingplatz dann abonniert einfach den kanal lasst vor allen daumen hoch hier für das video damit andere das sehen und ich werde euch dann zeigen wie ich das hier löse wie wir sozusagen eine insel lösung aufbauen tschüss bis zum nächsten mal